Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder und ja, wir gehen uns jetzt hier durch. Oh, der Bär sieht sehr, sehr unheimlich aus. Ich lasse uns jetzt hier gleich antitschen hier. Was ist denn mal hier? Das ist nur ein Rucksack. Da oben ist einer. Wie soll ich das da runterkommen? Jetzt sieht, dass wir uns verlaufen haben. So. Okay. Die arme Busstation. Hallo, gibst du noch? Warte. Ventes Beach. Gut. Still on track. Ist klar. Dann. Die sind da, was um den Trailer kommt, wo der eine Junge da rennt. Äh, ich hab da was gehört. So müssen wir da lang, muss ich sagen. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Hinten sind Zombies. Da oben. Da oben. Äh, es ist selber eine Bergpitz-OB. Machen wir das mal Och nö Ja, schon 20 Schuss Hi Okay, wir haben keine Muni mehr Kriegen wir irgendwie Muni hier? Oh, da hinten sind ja noch mehr Ja Aua Kommt wieder mal nicht so schnell reagieren Okay, wir kommen hier hinten diesmal Oh, wo kommst du denn in die Hände laufen? Boah, schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen Soll ich dich aufheben? Okay, wir haben nur Schrauben Okay, wir haben nur Schrauben Okay, wir haben nur Schrauben Wat? Oh, Mies der Oh, die ist ja zerstückelt Oh, der brennt ganz gut Oh, der brennt ganz gut So Ist der eine da? Dankeschön Oh, das ist ein Schreihals Oh Oh, die anfängt zu schreien hier Hey! Where's the lever for this gate? Okay Wart mal schnell heilen hier Wo müssen die hin? Wir haben doch alles gesäubert hier Und doch alles gesäubert hier Hey! That ain't right! I think the breaker froze Ich brauch ne Sicherung Hier irgendwas Aber Hier ist keine Sicherung Mit ne Sicherung suchen Und doch Ich brauch ne Sicherung drin Eine Batterie Da haben wir was War auch leer Mist Ok Wo muss ich voran irgendwo eine Sicherung sein Schau den Breiker von woanders Es ist nicht wie sie es benutzen Aua Wir müssen hier wohl eine sein Ach joo Ich krieg's später ein Küsschen ja Bis ein bisschen Stachel ist Arsch Arsch So So Haben wir noch ein Wartehäuschen Leider verschlossen Wo soll eine Windensicherung sein Und so her Oh Mist Hier muss doch irgendwo was sein Wir müssen den Breiker von woanders Ja da ruhig Das ist schon mal nix Ok Das ist ein Breaker von woanders! Das ist nicht so, dass sie ihn benutzen! Da... Ja... Okay, das kann ich nicht so machen. Andele, andele! Ha, ha... Hey, Dennis! Du bist ein Lebenssicherer! Bleib ruhig, wir lassen dich in! Hey, Blut, schau mal, wir sind gut jetzt! Okay, willkommen rein. Komm her, schnell! Danke, Freund. Ich bin Kai. Entschuldigung, ich mache mein Bestes. Geh durch, die Leute sind da. Yo! Holy fuck, das ist Jack the Giant Slayer. Was kann ich sagen? Ich habe die Werte. Du willst ein Blast auf eine Trendspecial? Hey, nicht schweig, Freund. Du hast mir nichts. Ah, nicht mehr sehen, deine Swole Bros, Alec. Das ist nicht meine Swole Bros. Wie viele Mal? Willkommen in der Blue Crab. Du bist willkommen, wir haben vieles guter Essen. Wir können sicherlich machen mit deinen Techniken. Aber du bist nicht normal. Ja, meine Techniken hat mich in hohe Demand. Das ist weshalb ich nicht bleiben. Entschuldigung, ich habe Leute auf mich auf den Serling Hotel. Ha ha! Ha ha! You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... Shit. Oh, ja. Plus, die Horde. Thousands of those ham brains trapped in the Evac Zone. Then there's the Death Pits. Death Pits? Emo motherfuckers. Look. We got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the Strongman competition. Giant fucking roid-soaked monsters everywhere. You know what I think? What? Huh? What you fucking think, bud? I think. Hey! I'll keep coming. They're gonna get me. And then there were three. I'll get the mop. All right. Small change of plans. Sehr nice. Hello. We have'n wieder was neues. Ist das... hier was mit springen? Ja. Ah. Spy. Was ist das hier? All right. Das hier mal. Juhu. Okay. This is Emma. I'm trying to reach... Oh, this is stupid. Keep trying. Emma John? What do you want? Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Maybe you forgot. But I've got a doctor to meet anyway. And that's going... Good. Yes. Well, if it doesn't work out... You're welcome back here. Sure. And hey. I am sorry about Mike. For real. You lady stay safe. Bye. Und auch gleich near the Bergbank. Hier, ne? Aber sehr nicer kill. Oh, wir haben jetzt Schnellreise. Okay, haben wir auch. wir haben ja schöne neue sachen und was gefehlt dann noch ein bisschen herstellen jetzt schade schade nur hier wir hier rein jetzt nicht so brauchen aber das wäre sehr warm Ich weiß nicht, dass jemand mit ihm gesprochen hat. Wörtern, hören Sie mich? Wir lassen nur Alex seine Sache machen. Wir sehen, wie das funktioniert. Hm. Es scheint, dass das nicht der einzige Schmerz auf deinen Schmuck. Wir sagen, dass wir sie zurückkommen sind. Und Moose. Du sie nimmst? Sie waren meine Freunde. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, dass sie nicht zurückkommen sind. Wir sind alle. Ich habe immer gesagt, dass sie arbeiten. Ich bin zu langsamer. Ich verstehe. Sie erinnern, was ich gemacht habe. Ich weiß es. Ich weiß, dass sie viel mehr daran erinnern. Also, warum nicht sie mich alleine lassen? Vielleicht ist es nicht persönlich. Sie sind nur die beste Führung in der Region. Aber ich denke, dass ich sicher, dass sie nicht zurückkommen müssen. Ja? Ja. Ja. Wir waren immer immer draußen in der Gymnasie oder in der Loppa und Lenny. Du könntest da schauen. Ich bin so sicher. Als ob du mich in die Schmerzen wolltest. Ja. Wenn wir auch da draußen sind. Aber ja, bemerkbar. Sie sind beide wirklich gebaut. Auf der Bedeutung. Wir diskutieren, was du mir wohnst, wenn ich zurückkomme. Okay. Den Riegel kann ich nicht nehmen. Schade. 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 Okay. Wo ich was kaufen könnte. Ich weiß nicht. Klar. Geh weiter Das muss der Gym sein Moose und Villaner sind große Jungs Vielleicht wäre es gut, dass es ein fairer Kampf zu machen Dann verlierst du das extra Meine Damen und Herren, wiederhauen wir schon. Oh, wey. Das muss man sich gar nicht mehr machen. Okay, dann? Es könnte sein, dass es ein fairer Kampf zu machen. Und verlieren die Extras. Jetzt kann ich noch ein paar Stümmeln hier. Oh, noch mehr. Nein, ich will kein Küsschen. Ich will hier eher mal was anziehen. Danke. So, darf ich jetzt in Ruhe durchsuchen? Ja, hallo. Sag mir nicht, das müsste jetzt hier klappen. Die Waffe ist schon fast kaputt. Einmal rein. Du kannst es sehen. Ich glaube, ich kann alles glauben. Hey, das ist Moose. Oh, ja. Du kennst ihn? Ein Freund von einem Freund. Es wird schwer zu erklären, dass er ein Mensch ist. Er ist nicht mehr Mensch. Er ist nicht mehr als Mensch. Er ist nicht mehr als Mensch. Er ist ein Mensch. Er ist nicht mehr als Mensch. Und das ist der Punkt. Er ist nicht mehr als Mensch. So, was es macht? Das sieht das? Das ist ein kleiner Hammer. Ein kleiner Hammer jetzt. Aber... ... 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 Okay, ich habe da jetzt aber nichts rausgeholt, aber... ... 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 Okay, wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann.